Ihre Marke muss jetzt relevante Beiträge posten. Das muss nicht viel kosten. Nein, das geht alles remote. Lies dich doch selber an, lass. Fucking Garte. Du bekommst den sowieso nicht. Wo ist denn die Mama? Die will nicht mit dir sprechen. Du kannst echt froh sein, dass du in sicherer Distanz bist. Ich will jetzt verdammt nochmal, dass du hierher kommst. Also, um ehrlich zu sein, habe ich eine Wette mit meinem Freund, dass ich es schaffe, bis in deine Küche zu kommen. In die Küche. Eine Infektion wäre jetzt echt lebensbedrohlich für mich. Du, für Risikogruppe hast du dich aber ganz schön gut gehalten. Wenn du willst, kannst du hier eine Nacht bleiben. Aber nur eine Nacht. Und nur, wenn wir das dir safe hinkriegen. Wow. Hinter der Wand, ohne Maske, Bad und Küche, mitmessen. Und am besten gleich nochmal komplett desinfizieren, bitte. Was heißt denn komplett? Laske, wir brauchen den Job. Drei meiner Partner sind ebenfalls pleite. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Und wer sagt eigentlich, dass der Übermensch nicht darf ist? Mhm. Hey, wie ist Karl? Aber du verarschst sie genauso wie sie mich verarscht. Das sind alles hier Mindgames. Ich werde dir dessen mal klar. None of these numbers work for me. Do you want the job or not? Hallo, du hast auch zwei Kinder. Kann ich mir um deine eigene Familie oder deine Familie? Du bist eine Scheiße, eine Frau. Ich bin der, mich. Ich bin der, mich. Nein, ich bin der, mich. Hör, 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 hör. Woh, oh, 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 oh. Ich bin der, mich. Ich bin der, mich. Mein Vater hat 57 Menschen sterben sehen. Alle mit unterschiedlichen Leben. Aber eines hatten sie alle gemeinsam kurz vor dem Tod. Reue. Wägen dem, was sie nicht gemacht haben. Liede, soweit, soweit, soweit. Das war es für heute.